Doch du kannst ruhig wieder rauskommen. Das ist wirklich wahr. Komm mit raus, dann weißt du es. Kommst du jetzt bitte raus, bitte, Mama. Und hast du bei der Aufnahme mit der Frau abgehört? Heute Morgen? Heute Morgen die Aufnahme mit der Frau abgehört? Warst du dabei zu hören oder warst du nicht dabei zu hören? Ich war dabei zu hören. Bei der Aufnahme mit der Frau heute Morgen? Nein, nur so oben. Nur so eben, okay. Okay, dann ist gut. Möglichst sein, dass du die Hose gemacht hast. Nein, hast du nicht bei den Scherz. Es ist Gülle draußen. Dann würdest du sofort... Stell dich doch neben mir hin und rieche ich das. Nein, ich hab's mal. Weißt du, das ist alles gut. Was für eine Scherzbrüche? Was für eine Scherzbrüche? Ich weiß nicht, was ist das? Hat das geschmeckt oder nicht? Weiß ich nicht. Was ist das für eine Suppe? Ich geh dann in der Mikrofon. Was ist das für eine Suppe? Kartoffelsuppe. Ich hab ja schon in den letzten Tagen gegessen. Nein, das ist sowieso eh nicht. Nein, das ist aber anders. Ich gehst mit Kartoffeln, Koffe hier drin und Röcklechen. Kannst du nicht essen. Ich dachte, du wolltest dich nicht mehr wiederholen, dass du immer wieder gesagt hast. Doch, du wolltest dich heute nicht mehr wiederholen. Medikamente, Medikamente. Das war Spaß. Anrufen, anrufen, das heißt anrufen. Hallo, das war Spaß. Ach du, mir sei sie zum Bosa. Da siehst du, da siehst du was Schwarzes im Baum sitzen. Da vorne sitzt was Schwarzes im Baum. Was ist das? Eine Arm, äh eine Amsel. Eine Amsel. Keine Amsel. Aha. Hör ich ja so verschwommen erkannt. Ja. Ist sie jetzt wirklich im Zink trillieren? Ja. Mhm. 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 Oh, das ist nochmal warm. das wird ein lecker aussehen, das lecker aussehen ist bei spaß gewesen. ich sag das aber nur so für frust, weil ich dauernd immer wieder gemobbt und geärgert werde von anderen leuten. ich meine auch nur, ich meine auch nur andere leute, nicht dich. hast du nicht gesagt. die arme anseln muss sich schon stehen bei dem wetter. das sind die gar nicht mehr, weil dieser schockiert ist bei dem wetter. komm, wir gucken nach links was da ist. hier links ist alles zu. oh nein. jetzt kann gleich gewitter kommen. jetzt kann gleich grobbelgewitter kommen. jetzt habe ich schlecht. jetzt habe ich die draußen auf dem blokon. das ist nicht drin, ehrlich gesagt. das kann nicht unterscheiden, grobbel oder schneeschauer. schneeschauer ist das. aber es hat es knistert, das ist grobbel. nein, das ist nicht. die wiesen werden auch weiß. wo nachrichte ich denn, wenn ich frage? da. wie gut. 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 es kommt alles von links. siehst du das? ja, es kommt schnee. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Kommst du bitte raus, es kommen Leute. Kommst du bitte jetzt raus, es kommen Leute. Es kommen Leute hier hin. Fußgänger, was ist das? Oder rosa-blaue Jacke. Bleib draußen, bis sie vorbei sind, bis sie weg sind, bitte. Weil du weißt ja, dass ich peinlich bei den Norden bin, ne? Ja. Geht schon los, Moring. Nehmen wir Spaß. Geht schon los. Vielen Dank. Guck mal hin. Die kommen hier rüber, die Kinder. Guck mal hin. Rechts. Die Kinder kommen hier rüber. Guck mal rechts, bitte. Rechts. Du sollst rechts zur Seite gucken. Die kommen jetzt rüber, die Kinder, ne? Immer wahr. So, jetzt gehe ich zurück. Die kommen in diese Richtung. Die kommen aus dem Haus nebenan. Ja, weiß ich. Vielen Dank. Was war das denn? Was ist denn für ein Gebrummel? Musik ist das nicht, ne? Musik ist das nicht?